Wenn man solche Stücke, wie wir sie uns jetzt ausgesucht haben, schön singen will, dann bedeutet das Arbeit. Stellt euch bitte so im Raum verteilt auf, dass ihr wirklich genug Platz habt. Der Raum ist extra groß, strecken und aussäufzen. Ich mache diese Meisterklasse. Was wir suchen, ist Musik zusammen zu machen. Für mich als professionelle Sängerin ist eigentlich das, was ich mit Leuten, die nicht Profis sind, taugern kann, sehr viel spannender. Dass es wirklich Energie auch zurückgibt. Und dieser Sound, der dann entsteht, das ist natürlich der Spaß. Beim Singen werden die gleichen Stoffe ausgeschüttet wie beim Vergnügen. Das ist ein Wunder, wie gut es klingt. Was ist strong? Love! camino. Genau. Ja, detail. Untertitelung des ZDF, 2020